Du dachtest, dein Handy wäre wasserdicht und nun hat es plötzlich doch einen Wasserschaden? Es hat einen Spritzer am Pool abbekommen und nun mag es nicht mehr starten. Keine Panik! Heute zeigen wir euch 5 Tipps, mit denen ihr sicher geht, dass ihr die Daten an eurem Handy mit Wasserschaden retten könnt. Tipp 1. Schalte dein Handy sofort aus. Das mag offensichtlich klingen, aber in einer solchen Situation vergessen viele Menschen diesen Schritt zu gehen. Wenn dein Handy weiterhin eingeschaltet bleibt, entsteht durch die Abwärme des Akkus im Inneren eine oberflächliche Abtrocknung der Feuchtigkeit. Dies führt zu Kurzschlüssen und einem Funktionsverlust. Tipp 2. Luftdicht verpacken. Eine Trocknung, wie ihr sie häufig im Internet beschrieben bekommt. Nein, auf gar keinen Fall. Packt euer Handy luftdicht ein. Entweder im besten Falle vakuumieren oder ab damit in einen Gefrierbeutel und den luftdicht verschließen. Warum, wieso, weshalb? Die Feuchtigkeit im Inneren eures Gerätes ist nicht das Problem. Die Problematik ist, sobald eine Trocknung stattfindet, entsteht durch die verwendeten Edelmetalle auf der Hauptplatine deines Handys eine Korrosionsbildung. Diese führt zu Kurzschlüssen und kann unter Umständen einen irreversiblen Datenverlust mit sich ziehen. Möchtest du die Chance auf eine Datenrettung erhöhen, das Gerät also luftdicht verpacken. Tipp 3. Auf gar keinen Fall versuchen, das Gerät zu starten oder Strom zuzuführen. Nachdem du dein Handy luftdicht verpackt hast, solltest du es nicht nach einigen Tagen nochmal da rausnehmen und dann versuchen, das Gerät zu starten oder gar das Ladekabel einzustecken. Du riskierst hiermit einen kapitalen Datenverlust. Tipp 4. Vermeide Hitze. Es mag verlockend sein, dein Handy auf die Heizung zu legen oder es zu föhnen, aber nein, genau so geschieht eine Abtrocknung der Feuchtigkeit im Inneren deines Gerätes. Dies wiederum führt zu Korrosion und Korrosion begünstigt die Kurzschlussbildung. Du riskierst auch hier einen kompletten Datenverlust. Tipp 5. Wende dich an Profis, zum Beispiel Rescue. Wenn du wichtige Daten auf deinem Handy hast, ist es immer der beste Weg, dein Handy dem Experten zu übergeben. Es kann sehr verlockend sein, dein Handy selbst zu reparieren, aber in solchen Fällen raten wir dringend davon ab. Ohne die richtigen Werkzeuge und das richtige Know-how kann dies mehr Schaden anrichten als Nutzen bringen. Wir bei Rescue haben über 16 Jahre Erfahrung mit der Datenrettung an Handys, die mit Wasser in Kontakt gekommen sind. Wir haben ein Team von Experten, das darauf ausgebildet wurde, mit solchen Situationen umzugehen. Wir retten deine Daten selbst in den ausweglosesten Situationen. Garantiert. Also, wenn dein Handy ins Wasser gefallen ist, zögere nicht, uns zu kontaktieren. Auf unserer Webseite rescue-repair.com könnt ihr ganz einfach einen Auftrag erfassen und euer Gerät völlig kostenfrei zur Diagnose einsenden. Das war's für heute, Leute. Wir hoffen, dass euch diese Tipps helfen, wenn ihr niemals in eine solche Situation geratet. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, das Video zu liken, einen Kommentar zu hinterlassen, wenn ihr Bock auf weitere Tipps und Tricks habt. Bis zum nächsten Mal, euer Ben und das Rescue Team.